Hallo Leute, ja wir sind hier in unserer Zwergenfestung und haben letztes Mal hier glaube Lagerplätze gemacht. Da wollten wir jetzt noch festlegen, was in den Lagern gemacht werden soll, beziehungsweise in den Carpenters Workshop und Stoneworkers Shop. Wir müssen auch noch schauen, dass wir noch andere Dinge hier anstoßen, die uns ja noch fehlen. Craftsworth Workshop, da wird bestimmt schon gemacht, aber das Lager ist voll. Das heißt, wir müssen auch da gucken, dass wir noch einen Lagerraum kriegen. Das sollte aber alles kein Problem sein. Ich würde sagen, ihr schaut das Logo und dann gehen wir rein. So, und dann würde ich sagen, da das hier schon alles voll ist, würde ich hier, weil das direkt neben dem Depot ist, hier noch einen Lagerraum bauen wollen. Den wir mal hier gerade so anmachen und dann neun Felder so. Und neun Felder so. Dann haben wir hier nämlich noch einen schönen Lagerraum, der da ausgehoben werden kann. Und dann können wir da auch noch weitere Bratzelets und wie sie alle heißen hier, Slate Bratzelet und so reinmachen. Gut, wir sind aber jetzt hier unterwegs. Warte mal, das müssen wir abklicken. Tasks, das war jetzt der Stoneworkers Workshop. Da waren wir halt am überlegen, was wir hier machen sollten. Bock, Kabinett, Koffer, Coffin, Doors. Doors könnte man zum Beispiel machen. Green Slap, Statue, Table, Tische, Throne, Weapon Rack. Ja, wir müssen irgendwie mal drüber nachdenken, dass wir auch Dingens machen. Sag schon, äh... Ich würde mal ein paar Doors aus Stein hier machen wollen, dass wir ein paar einzelne Räume machen, wo die schlafen können. So, das haben wir. Dann war der Carpenters. Da machen wir jetzt noch ein paar Betten. Und das repeaten wir mal gerade ein bisschen. Da wird jetzt... Warte mal, ist das überhaupt mittig? 2, 4, 2, 4, 5, oh, da ist einer zu viel. Dann mach mal schnell den Rubber und mach mal den weg, weil das sieht ja gar nicht symmetrisch dann aus. Wäre aber auch egal gewesen, ne? So, hier haben wir auch noch was im Lager, sag ich schon, im Depot. Sind noch Sachen drin, vor allem dieser Blue Jay Cage. Und da müssen wir mal gucken, was war das hier? Tockel. Wie kann man den denn freilassen? Encage View. Da verbieten wir das, aber wie kann ich den aus dem Ding ins Käfig rauslassen, das ist die Frage. Ne, da verbiete ich ihn zu nehmen, glaube, ne? Das weiß ich jetzt auch gar nicht. Ja, da muss ich mal mehr lesen, wie das geht und dann können wir das machen. So, jetzt haben wir hier draußen noch einige Tiere, die hier noch rumlaufen. Hier sind Rabbids. Wir brauchen unbedingt dann einen Batscher, ne? Und so, dass wir dann auch noch Tiere schlachten können, damit wir da auch noch Essen haben. Ich glaube, Essen ist hier unten. Dann lass uns hier schon mal sowas anlegen. Das ist so, das ist so. Das muss sogar noch ein bisschen weiter hoch. Das geht so. Ah, jetzt wird es schon ausgehoben. Aber das ist auch nicht schlimm, können wir machen. Also, Getränke sehen wir hier, werden schon ordentlich gemacht. Hier gibt es, glaube ich, Essensfässer. Da ist aber niemand drin, ne? Warte, Batscher, dann brauchen wir auch noch den, der, äh, sag schon, die Tiere nicht nur schlachtet, sondern auch häutet, ne? Das machen wir mal gerade auch hier so hin und dann kann das ausgehoben werden. Das ist klar, hier ist jetzt niemand, doch da läuft jemand, aber so ganz das, was wirklich laufen soll, läuft jetzt gerade hier nicht, oder? Wie sieht es denn unten aus? Hat das schon einer ausgehoben? Nö, hier passiert auch nichts. Ist denn noch hier einer? Ach, die sind hier noch zwei hier drinnen, ne? Wer ist das denn jetzt hier? Okay, also da ist keiner, der sich ausgerüstet ist und der zweite, war das der? Ich will es hoffen. Auch kein Miner. Hier liegt aber die Pickaxe. Hm. Und niemand macht hier was. Hier sind sogar Hosen, oder was sind das hier? Farmplot. Prairie Bushes, okay, das sieht aus, wie wenn da eine Hose drauflegen würde, aber ist es wohl nicht. Oder? Doch, Trousers, Pigtail Trousers. Wir haben 15 Zwerge, einer ist nicht so gut drauf. Woran wir hapert, ist die Frage, ne? Tendenziell würde ich mal dazu neigen, hier den Gang ein bisschen breiter zu machen. Das machen wir schon mal weg und wir machen das hier noch, dass das hier zweispurig wird. Die laufen ja doch öfter hier wohl runter, ne? Zum Farmplot zum Beispiel, hier da. Da wird Plump Helmets werden da reingemacht, ne? Ja, das ist auch richtig so. Schön wäre es jetzt, wenn da einer weiter da arbeiten würde. Das ist kein Miner. Wieso liegen hier Hosen? Wo ist da das Problem? Also der Miner, der fehlt jetzt hier irgendwie, ne? Er wird ein Schiff Medical Dwarf, sechsmal, okay. Was haben wir hier? Also er wird ein Stone Crafter, okay. Da sind Kinder geboren, oder? Chick hat hatched, okay, ne, das ist ein Animal, der hat grown to become, die sind erwachsen geworden. Ein erwachsenes Häschen, ein Steinbock, ein Steinbock, ein Schafsbock und ein Hund. Der Frühling ist gekommen, the fortress attracted, no immigrants this season. Okay, es sind auch keine neuen Zwerge gekommen, Türen, das ist schon mal passend. Was macht er denn jetzt hier? Mach ihn doch mal zum Miner einfach, wenn er da so rumsteht, oder? Ist er das jetzt hier? Ich glaube schon, ne? Läuft aber irgendwo anders hin. So, es passiert leider nix hier so richtig, außer hier, er, hier, der macht Brazolets. Wahrscheinlich. Add new tasks, wir können auch mal was anderes machen, ne? Amolets machen wir jetzt mal. Aber da ist auch wieder Lager voll, ne? Aber jetzt passiert hier mal was. Okay. Stoppile. Könnte ich den so schon anlegen? Ne, leider nicht. Muss erst ausgehöhlt sein, dass das geht, ne? Aber er ist schon flott unterwegs. So ist nicht. So, jetzt können wir den Stockball anlegen. Accept. Finished goods. Custom. Stone, metal, metal, kann eigentlich alles drunter bleiben, ist ja egal. Ob sie sind fertige Ware. Jetzt können wir noch mal schauen, dass wir da noch irgendwo eine Tür vielleicht setzen. Aber denke ich mal auch welche, oder? Und die sind dort. Aber hier sehe ich keine, ne? In den Lagerraum ist nichts reingewandert. Eigentlich habe ich das doch ausgewählt, ne, oder? Ah, guck mal hier, da geht schon was. Hier sind noch zwei Felder dann auch noch frei und das ist aber jetzt hier rübergebracht. Warum hier schon wieder Trousers liegen, weiß ich auch noch nicht. Überall liegen Trousers. Nudisten, oder was haben wir hier? So, jetzt ist noch die Frage, ist hier unten was passiert? Ah ja, hier unten passiert was. Mach doch diese erst, bitte. Oh, jetzt geht er weg. Das wäre schön gewesen, oder der wenigstens fertig. Aber hier können wir ja auch noch was anpflanzen. Lass uns das mal da machen. Wo war das jetzt? Farmingplot. Da. Und wir machen den hier, ne? Ah, der muss jetzt erst gebaut werden. Und jetzt können wir noch ein Lager machen. Das machen wir in dem Rest hier. Und da machen wir Seeds rein, ne? Ah, shit, jetzt habe ich es abgewählt. Muss das erst da oben links anwählen. Accept. Lief das unter Food? Ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Ne, das war ein extra Ding, glaube ich, oder? Ne, doch nicht. War doch hier. Seeds Weiß ich aber nicht, eigentlich bräuchte ich hier unten nicht alle. Hier sollen ja nur die vier Sachen angepflanzt werden, wovon wissen. Bitte Orange. Cashew brauchen wir auch nicht. Cape Wheat, das geht. Chestnuts waren die auch hier. Coffee, Cotton. Dimple gab's, die sollen hier hin. Das kann alles abgewählt werden. Ginko. Alles weg. Lime, Long, Longland Slitch. Papaya. Papaya. Papyrus. Hier hätte ich vielleicht alles abwählen sollen und dann die Plump Helmets und den Böck Cups und so händisch auswählen sollen. Ich glaube, jetzt haben wir aber was alles, oder? Da sind ja nicht mehr viele jetzt. Sweetbots da. Das waren die letzten, die Sweetbots, glaube ich, oder? Gut, haben wir's. Jetzt wissen wir, was in das Lager kommt. Das kann zu. Und dann sind die Plump Helmets da. Hier ist natürlich so eine Frage. Ja, das bisschen hier, eigentlich ist es nicht der richtige Raum, so, ne? Hier geht's noch so, gerade so. Da kommen zwei. Was machen die jetzt? Ja, die pflanzen hier weiter an, oder ernten, genau. Das ist aber alles soweit so gut. Betten haben wir jetzt hier reichlich gemacht. Jetzt müsste man nur gucken, dass wir Kämmerlein machen, wo wir auch drinnen schlafen, ne? So, das würde bedeuten, das ist die mittlere Gasse. Ah, hier hört's wohl auf, ne? Weiter geht's nicht. Weiter geht's wohl nicht. Da ist das Spielfeld wohl zu Ende. So, dann würde ich sagen, haubert das hier mal weg. Und dort müssen wir Treppen bauen. Constructions. Ne, das ist ja nicht. Das. Stairs. Oh, warte, wir müssen so. Und, hau, macht er nicht? Habe ich doch nicht ausgewählt? Und, haubert das ist jetzt komisch. Was habe ich jetzt gemacht? Ich möchte das. Ich möchte das. Ich möchte Treppen. Und der fragt doch tatsächlich. Select materials after placement. Use school. Can not build at this. Warum geht das nicht? Was mache ich falsch? Construction. Stairs. Used closest material. Hidden cannot build at this location. Aha, es muss erst ausgehöhlt sein, dass man eine Treppe bauen kann. Hm, komisch. Jetzt haben wir hier schon Sommer. Expeditionslieder. Ist einer gestorben, oder was? Ne, wir haben noch 15. Chicks have hatched dreimal, okay. Sparing, okay. Die üben wohl. A human current from all has arrived, okay. Und Azure has become a planter, okay. Das heißt, alerts. Okay, das Spiel ist angehalten worden, weil hier die... Wo sind sie denn? Die sind schon durchgelaufen wahrscheinlich, oder? Da war die Karawane. Vielleicht sollten wir das mal umstellen auf... Ah, die sind tatsächlich schon da. Ja, wir sollen Sachen dahin bringen. Das ist auf jeden Fall wichtig, ne? Die können ja schon Betten mitnehmen, ne? Das war ja niedere Qualität, oder? Ich weiß nicht, ob sie sie mitschleppen können. Ich weiß nicht, ob sie sie mitnehmen. Bodyparts brauchen wir nicht, oder? Obwohl... Das sind alles... Muschelbräuse, glaube, ne? Kann man die alle auswählen? Ich glaube, ja, oder? Wollen die die haben? Ist eine gute Frage, ne? Dann sind wir so los, wenn... Brustlets, zack, die haben wir dafür gemacht. Die können sie alle mitnehmen, wenn... Auch schicke, egal. Buckets? Kiefige? Ne? Chain? Wollen wir nicht? Doors? Verhalten wir? Eier? Neckware? Ne? Rawhfish? Könnte auch haben, wenn er wollte, für vier Taler, könnte die mitnehmen. Die nicht. Stones? Ja, die werden sie wohl nicht mitnehmen. Tools? Weapons? Und dann war es das auch schon. So, jetzt würde das da alles hingebracht, aber ich habe jetzt gerade wieder an den falschen Zentrum... Jetzt habe ich das Pferd angeklickt, so. Local Request at Depot. Dann kommt der schon mal, oder? Die bringen ja schon mal alle Sachen hier hin. Und dann müssen wir gucken, dass wir die gehandelt kriegen. Gut, aber ich würde sagen, das mit dem Handeln, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo ab macht, eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochlade. Sehr gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020